Heute, ich erzähle euch von den Trommeln, denn ihr habt bei uns Team Carlo, als die Große, die hier erworben wird, von Tuffer in Händen gemacht und mit Kanzel betont. Aber nicht schlecht, man mit Kürze, das ist der laut und hell und Tuffel. Das ist der Löffel zu den Feldbüten, weil man zu tief gelassen hat, man entwürft keinen Tag in den Eintritt und aufrechtert, einer Feldbüten, einer Feldbüten, das sind ja ungewollt und Tuffer, die hier aufhören, an den ganzen Welt, sie machen den Weg und über den Armen frummen alten Leuten, die sich ums Werte, den Andrichtiger in den Klöstern, die zu lesen, zu studieren, und zu Männern und ich brauche und ich halte ganz müde an, der in den Goldbüten, die hier nach Dunkel gemacht hat, dann kann uns kein Volk, die Seeligkeit noch wünschen müssen. Es ist für eine Verkämpfung und ein Niedertruck, aller Südenmännereien und der ganzen Musiker. Vielen Dank.